Essen. Manche in meinem Alter mögen Autos, teure Klamotten, Selfies oder viel Kohle. Aber ich habe festgestellt, dass ich essen mag. Du bist Jude. Wegen deiner Mutter. Er ist Moslem, weil sein Vater einer ist. Kurze Frage. Wird Atheismus über die Mutter oder den Vater weitergegeben? Mein Name ist Abraham Solomon Ode. Manche nennen mich Avraham, andere Ibrahim. Ich bevorzuge Abe. Wow, wow, wow. Was machst du da? Ich kann helfen, wenn ihr wollt. Wir brauchen keine Helfer. Geh nach Hause, Junge. Ich wünschte, ich könnte etwas für die Community kochen. Etwas, das die Leute zusammenbringt, so wie du. Kannst du mir das beibringen? Na gut, du bist dabei. Ich möchte meine Bar Mitzvah machen und auch in die Moschee. Ich kann das doch beides machen. Was für ein Durcheinander. Wieso trinken Muslime kein Wein? Alkohol stumpft den Geist ab. Ist dir das doch nicht an deinem Vater aufgefallen? Das ist ein Rahm-Taco. Ein Taco mit Rahmnudeln drin. Schrecklich. Du verwechselst Fusion mit Pfuschen. Falafel als Nationalgericht darzustellen, ist ein weiterer Weg, wie Israel unsere Kultur vereinnahmt. Es reicht. Es war ein Fehler, ein Kind in euer chaotisches Leben zu bringen. Keiner versteht, was ich durchmache. Vielleicht schafft es deine Generation, irgendeine Art Frieden zu schaffen. Ich hoffe es. Die Familie kann man sich nicht aussuchen. Die Familie wird so lange auf der Welt gezwert. Du bist da. Die Familie wird so lange auf der Welt gezwert. Heim6-Kartier als Nationalgericht und der Welt gezwert.